Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Bei mir auf dem Kanal seht ihr immer die neuesten Vergleiche. Wenn du auf der Suche nach den besten Over-Ear-Bluetooth-Kopfhörern sind, habe ich für dich eine Liste der 7 besten Modelle zusammengestellt. Diese Kopfhörer bieten nicht nur die Bequemlichkeit einer kabellosen Verbindung, sondern auch herausragende Klangqualität, Komfort und innovative Funktionen. Von renommierten Marken, die für ihre Expertise im Audiobereich bekannt sind, bis hin zu fortgeschrittenen Technologien wie aktiver Geräuschunterdrückung und Touchsteuerung. Diese Over-Ear-Bluetooth-Kopfhörer bieten ein außergewöhnliches Hörerlebnis. Alle vorgestellten Produkte sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Aktiviert gerne die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ich ein neues Video hochlade. Lasst uns nun mit dem Video beginnen, also lehn dich zurück und viel Spaß mit dem heutigen Video. Beats Studio 3 ist ein hochwertiger, drahtloser Over-Ear-Kopfhörer und bietet mit seinem stilvollen Design, erstklassigen Klangqualität und einer Vielzahl von Funktionen ein beeindruckendes Hörerlebnis für Musikliebhaber. Der Kopfhörer zeichnet sich durch seine Bluetooth-Technologie aus, die eine kabellose Verbindung zu verschiedenen Geräten wie Smartphones, Tablets und Laptops ermöglicht. Mit einer starken Basswiedergabe, klaren Mitten und präzisen Höhen liefert der Kopfhörer ein ausgewogenes Klangbild, das sowohl für Pop- und Elektromusik als auch für klassische Stücke geeignet ist. Die Treiber sind speziell abgestimmt, um ein kraftvolles und detailreichen Sound zu liefern, der den Ansprüchen von Audiophilen gerecht wird. Der Beats Studio 3 verfügt über eine lange Akkulaufzeit von bis zu 22 Stunden mit aktivierter ANC-Funktion und bis zu 40 Stunden im reinen Wiedergabemodus. Dies bedeutet, dass Sie den Kopfhörer den ganzen Tag nutzen können, bevor er wieder aufgeladen werden muss. Eine schnelle Aufladefunktion ermöglicht es Ihnen, nach nur 10 Minuten Ladezeit bis zu 3 Stunden Musikwiedergabe zu erhalten, ideal für unterwegs. Insgesamt bietet dieses Modell zahlreiche gute Features. Der Bose QuietComfort 45 ist ein erstklassiger drahtloser Over-Ear-Kopfhörer, der für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt wurde. Mit seiner beeindruckenden Klangqualität, dem hervorragenden Komfort und den innovativen Funktionen bietet er ein außergewöhnliches Hörerlebnis. Ein herausragendes Merkmal ist die branchenführende aktive Geräuschunterdrückungstechnologie von Bose. Diese Technologie analysiert und reduziert aktiv störende Umgebungsgeräusche, sodass Sie sich voll und ganz auf Ihre Musik konzentrieren können. Der Tragekomfort ist ebenfalls bemerkenswert. Die weichen Ohrpolster passen sich perfekt an die Form der Ohren an und bieten eine hervorragende Passform. Das leichte und ergonomische Design ermöglicht stundenlanges Hörgenuss, ohne dass Druckstellen oder Unannehmlichkeiten entstehen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Kopfhörer mit seiner herausragenden Klangqualität, dem exzellenten Komfort und den innovativen Funktionen eine gute Wahl ist. Der Power Locust P6 Kopfhörer ist ein hochwertiger kabelloser Bluetooth-Kopfhörer, der ein herausragendes Klangerlebnis mit einem modernen und ansprechenden Design kombiniert. Mit seinem leichten und faltbaren Design bietet er eine bequeme Passform und ist ideal für unterwegs, im Fitnessstudio oder zu Hause. Die Klangqualität ist beeindruckend und mit fortschrittlicher Rauschunterdrückungstechnologie liefert er klare und immersive Audioleistung. Zusammenfassend bietet der Kopfhörer eine erstklassige Klangqualität, eine stabile Bluetooth-Verbindung, eine lange Akkulaufzeit und ein stilvolles Design. Doquows Care 1 sind gute Kopfhörer, die speziell für Leute entwickelt wurden, die Wert auf hervorragenden Klang und Kompf vorlegen. Mit ihrem ansprechenden Design, der fortschrittlichen Technologie und den praktischen Funktionen sind diese Kopfhörer die perfekte Wahl für den täglichen Gebrauch. Die Kopfhörer bieten eine kabellose Verbindung über Bluetooth 5.3, die eine stabile und zuverlässige Verbindung zu ihren Geräten ermöglicht. Sie liefern klare Höhen, satte Bässe und ausgewogene Mitten, um ein immersives Hörerlebnis zu schaffen. Egal ob sie Pop, Rock, Klassik oder elektronische Musik bevorzugen, sie liefern einen satten und detaillierten Klang. Der Tragekomfort steht bei den Kopfhörern im Vordergrund. Die Kopfhörer sind leicht und ergonomisch gestaltet, um einen bequemen Sitz im Ohr zu gewährleisten. Die JBL Live 660 NC ist eine weitere hochwertige kabellose Over-Ear-Kopfhörer-Option. Mit ihrer Kombination aus beeindruckender Klangqualität, aktiver Geräuschunterdrückung und vielseitigen Funktionen bietet sie ein erstklassiges Hörerlebnis. Die Kopfhörer sind mit Bluetooth 5.0 ausgestattet, was eine stabile kabellose Verbindung zu ihren Geräten ermöglicht. Die Kopfhörer unterstützen zudem den JBL Signature Sound, der für seine hohe Klangtreue und Detailgenauigkeit bekannt ist. Die weichen Ohrpolster und der verstellbare Kopfbügel sorgen für eine bequeme Passform und ermöglichen stundenlangen Hörgenuss ohne Druckstellen oder Unannehmlichkeiten. Sie können die Kopfhörer auch flach zusammenfalten und in der mitgelieferten Tragetasche verstauen, um sie bequem überall hin mitnehmen zu können. Die JBL Tune 510BT sind fantastische kabellose On-Ear Kopfhörer, die ein beeindruckendes Hörerlebnis bieten. Mit der einfachen Verbindung zum Smartphone, Tablet oder anderen Bluetooth-fähigen Geräten sind die Kopfhörer immer bereit, einen hochwertigen Sound zu bieten. Mit ihrem leichten und kompakten Design können sie die Kopfhörer stundenlang ohne Beschwerden tragen. Die weichen Ohrpolster sorgen für eine angenehme Passform und eine gute Schallisolierung, damit sie sich voll und ganz auf ihre Musik konzentrieren können. Die Bose Noise Cancelling Headphones 700 sind erstklassige kabellose Over-Ear Kopfhörer, die mit ihrer fortschrittlichen Geräuschunterdrückungstechnologie und ihrem beeindruckenden Klang ein außergewöhnliches Hörerlebnis bieten. Der Klang der Kopfhörer ist beeindruckend. Mit einem breiten Frequenzbereich und einer präzisen Audio-Wiedergabe erlebt man eine klare, ausgewogene Klangsignatur mit tiefen Bessen und klaren Höhen. Die Kopfhörer sind mit einer intuitiven Touch-Bedienung ausgestattet, die es ermöglicht, die Lautstärke anzupassen, Titel zu überspringen, Anrufe anzunehmen und auf virtuelle Assistenten wie Siri oder Google Assistance zuzugreifen. Zusammenfassend bietet dieses Modell eine beispiellose Geräuschunterdrückung, einen beeindruckenden Klang, hohen Tragekomfort und eine benutzerfreundliche Bedienung. Das war's mit dem heutigen Video der 7 besten Bluetooth Over-Ear Kopfhörer. Die Links zu den jeweiligen Produkten findet ihr wie gewohnt in der Videobeschreibung, falls ihr mehr zu einem der Modelle wissen wollt. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like freuen und bin auf eure Kommentare sehr gespannt. Abonniert gerne auch den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal.